Leute, hier kommt ein TCBM von Ding Dong IP. Den Channel werde ich unten einblenden. Und zwar, äh, ja, hat er mir diese ganzen coolen Karten gesendet. Also, und noch ein paar extra Teile. Also, die richtig, also das sind die Karten, mit denen ich mich richtig geil gefreut habe. Ein Motorpel, Vodo, ein Quaxo, Vodo, ein, äh, Dresselia, äh, Reverse, ein Dioxys, Speedform, Nice, ich hab noch gar keinen Dioxys, also wirklich Danke. Vielen Dank. Dann ein Boreos Full Art, Nice, vielen Dank nochmal dafür. Ein Rihornio Level X, geil, 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 ja. Jetzt ein Arceus Level 100, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber, Vielen Dank. Und noch dieses Shineux Shiny, und da hab ich wirklich gedacht, Ey, danke, wie, ich hoffe, dass mir gefallen meine Karten, und es ist halt mein erster TCBM, und ich hab mich schon ganz schön gewundert, was dabei alles so rauskommen kann. Ja, und hier ist noch ein Boteros, wie wird's, aus Platon, auch sehr nice. Gut, hier sind noch ein paar, ich will's nicht sagen, generell unwichtige Karten, es sind halt einfach nur unwichtige Karten. Hier, da waren die Karten drin von ihm, hier in einem, äh, Zaptus-Ruster, aus Platinacius. Und, in den anderen waren sie drin, aus einem, das ist ein Don Phan, hier hoffe ich doch, ja, das ist ein Don Phan, aus Hardgoatsherser. So, haben mich natürlich sehr gefreut, und natürlich waren da ganz andere Karten drin. So, dann haben wir hier, ähm, haben wir da hier was, ein Runterfein, haben wir hier ein Weilmar, ein, ach, ich zeig dir einfach mal alle so durch, hier, Porygon, Wablu, hier, Seiyong, technische Maschine, paar Karten noch aus Schwarz und Weiß, hier, ein Rotomorf, ein Tanzer, den find ich natürlich sehr nice, Tanzer, ein Recarim, und, ach, ja, ganz viele weitere Karten, also nochmal, vielen Dank dafür, ja, und bei den Channel unten anbleiben, und das ist für mich, ab sofort, der beste Pokestube, den ich kenne, der ist wirklich nice. Und ich hoffe, dir gefallen auch meine Karten, äh, Ding Dong, äh, P, ah, hier, das Nico, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, ja. Auf jeden Fall, richtig nice, das sind Karten, über die ich mich am allermeisten gefreut habe, das Borios, das Rihornier, und das Shiny Shanks. Äh, eigentlich waren auch nur die drei zum Tausch abgemacht, ähm, ja. Und, ja, und der Rest freu ich mich natürlich auch, aber mit dem Arceus freu ich mich natürlich auch richtig Hammer, aber nicht so gut wie bei denen. Auf jeden Fall find ich das auch richtig Hammer, ja. Ich hoffe, ne, dass deine Karten auch so schnell wie möglich ankommen, beziehungsweise meine, deine. Und das Gigabore sieht jetzt irgendwie von jedem von der Kamera aus shiny aus, ist es aber nicht. Und, ja. Ich hoffe noch, du hast noch eine schöne Woche, und ciao Ding Dong LP und alle anderen Zuschauer. Ich hoffe noch,